Moin Moin und Willkommen zu die Sims 4. Mein Name ist Patrick und ich sage euch herzlich Willkommen zu Harry Weber. Ich habe mich ja schon vorgestellt. So, dies ist also unser Harry Weber. Auf jeden Fall ist er ein Senior. Er liebt die Tiere. Er möchte mit Tieren befreundet sein. So, da haben wir ja kein Problem. Der hat ein Ding sein Leben so hart gearbeitet, dass der schon Millionär ist. Dann lassen wir ihn mal weiterspielen am Handy. Im Internet surfen, okay. Ein Handy Junkie. Komm her, so ein bisschen bekannt vor. Hier. Hä? 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 Ja, ja. Wir wissen alles. Komm, wir sollen mal da ein Loch graben. Kann aber auch dann gleich mal... Oh, das haben sie aber geändert hier. Äh, Reisen, Kamera, Unterhaltung, Haushalt. Äh... Okay, Rechnungsanzeigen, Bestellen, Service. Äh... Einmal eine Haushaltskraft. Dann... Kann der dann auch mal... Ja, äh... Ja, ich würde mal vorschlagen, dass wir eine Katze adoptieren. Äh... Nicht kastriert. Äh... Nicht kastriert. Äh... Hä? Ein Schwarzer? Ich weiß jetzt nicht. Kätzchen? Kätzchen? Ja... Ja... Äh... Ja, komm, wir mal nie. Ja, weiblich. So. Ja... Ja, dann müssen wir jetzt einmal ab in den Baumodus. Adoptieren. So. Und dann geht da jetzt erstmal der... Harin. Und nimmt das Kätzchen hoch. Ja. Ja. Ja, das Kätzchen halt natürlich mit Nachnamen. Auch Weber. So. Mit Vornamen. Hm. Vorname. Ja. Hm. 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 Danke, Bode Nummer 23. Albert. Nee. Äh... Eva. 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 Eva Weber. Die Katze heißt du? Eva Weber. Ja. Vorname. Spter. Tus. Nage. So, dann ... Wir werden jetzt eben in den Baumodus. FWeb Wimpf. vários wurden vom gesprich? Das machen wir aus den Einfangenkunden, denn wir brauchen was für die Katzen. So, dann brauchen wir eine Maschine. Ja, machen wir die Küche. Was haben wir da? So, ein bisschen Katzenspielzeug. Katzenklo machen alle Katzenfrau. So, dann können wir die Küche rein. So, dann können wir die Küche rein. Und jetzt wird es auch ein bisschen die Küche rein. So, dann können wir das Küche rein. So, dann können wir das Küche rein. So, und dann kann es weitergehen. Auf jeden Fall hätte jetzt erstmal hier die Katze kennen. Die ist aber etwa frassende Katze. Die kleine Eva. Zabar. Yibzi. Ah. Ho, 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 Rizap. Lempten finai. Ho, ho, Yibs. Sharba-karu-anar. Hubudubrik. Yalma-umpa-tash-fazunia. Oh, demas. Einmal Alfer. Dann tun wir die einmal bürsten. Schreicheln. Es hat an der Tür geklopft, aber das wird mir jetzt erstmal egal sein. Ach komm. Wer ist das denn? Wär so einfach hier eine Clue. Okay, denn die Junk. Äh, was will der denn hier? Respektvoll. Mal vorstellen. Hi, mein Name ist Harry. Freut mich, dass ich kennenzulereide. Oh, was war denn hier? Oh, was war denn die kleine Katze? Katzi Ok, Katzi Ok. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Aha, dann müsste man die normalerweise bestrafen. Ich spüre mal erstmal ein bisschen Skizze, ja? Oh, oberein Fleimer. Oh, nur koi. Ja. Mach's aber richtig fein, Eva. Ja, 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 ja. Wer ist der kleine liebe Katze? Ja, du bist eine Miezi, Miezi, Miezi. Ja, Miezi, Miezi, Miezi. Miezi, Miezi, Miezi. Șiihii. Uiuiuiuiuiuiuiui. Miau! Du bist aber eine kleine süße Katze hier. Dafür kriegst du ein kleine Umarmung. Verahmung! Denn ich hab dich ja auch so lieb! Mann, geh doch hier nicht aufm Sack! Ich schick dich nach Hause! Ich hab kein Interesse! Ja, ich weiß, was da los muss! Ich hab dich ja auch nach Hause geschickt! Wo ist denn die Katze? Da kommt sie ja! Da ist sie ja! Die kleine I-fa kommt! Kleine I-fa... Ja... 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 Was soll das? Oh, nein! Arbemul! Thicke noof! Ompatash arfenaya! Quacksy Fasunia Nippie Yacka Chibs Ensinoi Mipim Quacksy Echuda Fretaché Plus Quacksy Rinshub Browish Fretaché Quacksy Fasunia Kazipanork Ja du bist auch so eine kleine süße Katze Mipi 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 Wir machen jetzt ein Foto für Katzen Thanks Yoohoo Mipi 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 Prümee me Kwein Wir machen jetzt noch hier Und wir gehen mal zu unserem Nachbarn, dem Gerhard-Haushalt besuchen gehen. Ja, ohne Katze. Da klopfen wir vorher an. Ob wir da auch rein dürfen? Entschuldigung, Gerhard. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So. So. Terrif. Anklopfen. Komm rein! Okay. Gina Gerhard, Frau Schell, Kind. Mhm. Was für ein Haus. Ach, die Alexa schwimmt da. Ja, genau. Patrick. Ja, genau. Patrick. Ja. Schalten wir mal um. Mhm. Mhm. Kopp. Heddle Meddle. Lass mal den Gitarre spielen. Ein alter Knacker. Hau den in die Taste! Hau den in die Taste! Ja, so richtig in die Taste! Jeeha! Aber der muss ja jetzt erstmal ein bisschen üben. Was haben wir denn da? Die Taste! Das ist nicht sicher, aber das sind ja und hier nicht. Oh, das ist ein Baby. Das ist ein Baby. Schatz. Schatz. Ich habe die Pfehl. Mm-hmm. 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 Ui, toll, der ist auch... Harry, er hat Level 2 erreicht. So. Level 2 der Gitarren... Aha, erreicht. Fähigkeiten erreicht. Harry kann jetzt mit der Stimmung überspielt zum Spaß Klimpherr. Okay. Mhm. Dann stell ich mich mal ihr auch immer freundlich vor. Ja, der Harry ist ja schon wie so ein alter Knacker. Da bin ich auch echt. Haben wir überlegen, ob der nicht lieber ins Altersheim gehen sollte. Das wird er wohl auch, glaube ich, mal machen. Das wird er wohl auch, glaube ich, mal machen. Ja. 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 Ja, die... Dann. Ja, die... Also, das wird er auch nicht geblieben. Ja. Ja. Der gute Mann Er schafft das alleine nicht mehr, körperlich Und der bekommt natürlich Da bin ich echt dran überlegen Ja, das werden wir auch so machen Einmal Welten tauschen Äh, weiß er es nicht Ja, ich will es hier Ja Äh, ich lasse hier so ein Apartment einziehen Ich lasse hier so ein Ich lasse hier so ein Ja, ich lasse hier so ein Ich lasse hier so ein Jaaa... Oder? Ja, wir bringen das noch mal lieber ab. Beides muss ich mir noch mal überlegen. Kann auch gut möglich sein, wenn ich das Haus einfach umbauen. Das kann natürlich auch möglich sein. Jaaa... Ja, er geht mal wieder nach Hause. Ja, er ist alt. Er ist einfach alt. Er ist ein alter Mann. Der hat es ja nicht weit. Deswegen bin ich echt am überlegen, ob wir das Haus eigentlich noch nicht umbauen. Einmal alles walzen. Und dann ein neues Haus für den armen alten Harry bauen. Denn der ist ja sowas von alt. Ja, komm. Er ist ja einmal da. Ja... Irgendwie im Baumodus. Einmal komplett. Und dann bauen wir für den Harry jetzt ein neues Haus. Ein neues Haus. Ole. Ja, die Farbe ist schon mal in Ordnung. Da kommt jetzt ein einfacher Zaun. Im braunen... Da kommt jetzt noch einen schönen Baumtor. Ja. Ja. Dann eine Türe. Ja. Also ein Tor. Ja. Ja. Dann... Ta... Ja. Ja. Dann... Ja. Und jetzt wird er gebaut. Und jetzt wird er. Nee, das will ich ja so nicht haben. Und jetzt wird er. 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 Dann machen wir die jetzt so. Wir wollen eine offene Küche. Und jetzt wird er. So, das ist die Küche. Und jetzt wird er. 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 Oh, man. So. No. so Boden Fliesen natürlich für Beizimmer Hartholzboden natürlich für die Küche Ja 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 Alter Hickory Ja 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 Wie gesagt. So und jetzt die Türen. So. 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 Ich habe ein Kühlschrank. Ah das sieht doch schon nach was aus also kann der harry sich aber echt freuen aber das machen wir später fertig auf jeden fall